Welcome to the World's Girls Leon 2024 Closing Show! Ich habe es geschafft und ich habe es verdient, hier zu stehen. Das Gefühl von all diesen Leuten dürfen auf den ersten Platz rüberstehen, das ist unbeschreiblich. Ja, er hat dafür geschafft und dann ist es aufgegangen. Es hat sich gelohnt, ich habe die Melarie geholt und kann es einfach nur noch geniessen, es ist der Hammer. Die Verwältigung, es sind so viele Einflüsse, was man alles sieht und es sind so viele Gedanken, es ist schwierig das zusammenzufassen. Wenn man ein gutes Team ist und sich auch untereinander gut versteht, dann ist es eine mega Hilfe. Es ist eine einmalige Chance und man sollte Chancen im Leben packen und einfach machen. Man hat sich selber gut lernen kennen, man muss mit dem Druck umgehen und man muss trotzdem fokussiert sein. Das macht einen extrem stolz, auch gerade ich als Frau für meinen Beruf darzustehen und zu zeigen, wir Frauen können das auch. Ich bin mega erzittert, weil es ist jetzt endlich bei dir und ich bin so stolz auf ihn und er hat so super geschafft. Es ist unglaublich viele gute Begegnungen, coole Kontakte, es hat mega Spass gemacht, es war challenging, ich musste auch körperlich und mental an meine Grenzen gehen. Aber es war super cool, es war ein Hammer Erlebnis, egal was am Schluss rauskommt, ich bin glücklich, ich bin stolz über das, was ich geleistet habe. und ja einfach nur nach. Es ist mega cool, zu machen und zu haben die Freude daran zu zeigen, Wout ist die Freude daran heet.